Ich bin echt begeistert von deinem Vortrag. Er hat mir sehr viel gegeben, er hat mich berührt. Ich fand es sehr cool, wie du das mit dem Szenenwechsel gemacht hast und wie man wirklich sich einfach mitgenommen wurde von dir. Und dann habe ich noch das Glück gehabt, auch ein bisschen im Nachgang mich mit dir zu unterhalten, zu verstehen, wie deine Arbeitsweise ist. Und mein Eindruck ist, man kann sehr von deiner Arbeit, von deiner Art mit Menschen umzugehen und ihnen weiterzuhelfen profitieren. Vielen Dank.